Carla! Alles in Ordnung bei dir? Ich glaube, jetzt geht es los. Soll ich dich ins Krankenhaus fahren? Nein, danke. Ich... ich hole lieber den Chauffeur. Ist mit Elisabeth und Johannes unterwegs. Und wo ist Ansgar? Wahrscheinlich auf Papas Schoß. Ich bestelle dir ein Taxi, hm? Wohl. Da kannst du ja gleich deine Ex anrufen. Die Venen, die kommen jetzt alle sieben Minuten, bis das Taxi hier ist, das... Das dauert doch zu lange. Dann fahre ich dich. Nathalie, du bist völlig betrunken. Ich fahre selbst ins Krankenhaus. Das ist doch Wahnsinn. Nein, das ist kein Problem. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch! Oh nein, verdammt. 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 Bitte, Halt an! Bitte! Das ist Karnas Wagen! Susanne! Ich bin so froh, dass sie da ist! Kannst du aufsteigen? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Dazu ist keine Zeit mehr. Wieso nicht? Die Frau Klaas ist geflaschen. Aber du kannst doch nicht hier... Wir brauchen einen Decken! Hol den Verbandskasten! Ja! Gib mir dein Hemd! Was? Dein Handy funktioniert noch? Ja! Der Rettungsmacht! Ich schau das nicht mehr aus! Carla, man sieht schon das Köpfchen! Oh Gott! Mama! Kleines Mädchen! Siehst du, Süß? Dann ist die Mama. Ja. Der Rettungswagen. Sie wollen wohl noch Kaffee trinken. Du warst so tapfer! Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ja. 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 Ja.